Hallo, mein Name ist Simon Stamm, ich bin 20 Jahre alt, komme aus Hannover und trete im Skill39 IT System Network Administration an. Ein IT-Netzwerktechniker ist ein sehr interessanter Beruf, weil man sich dort um die komplette IT-Infrastruktur kümmert. Das ist ein sehr theoretischer Beruf, das heißt, wenn man die jetzt hier arbeiten sieht, sieht man nicht so viel außer die Bildschirme, aber es ist eigentlich der Beruf, der in vielen Firmen einfach die Basic für alles liegt. Die WM-Teilnahme bringt mir einiges an Erfahrung, an neuen Bekanntschaften, dass man wirklich im Austausch mit der ganzen Welt steht. Ja, also der braucht einmal hohe Konzentrationsfähigkeit und der braucht auch sehr hohes fachliches Know-how in mehreren Bereichen. Das ist bei uns Linux, Microsoft und Cisco. Das geht weit über das hinaus, was in der Berufsaufbildung beigebracht wird, aber das ist genau unsere Aufgabe, die Besten da noch weiter zu fördern und da dann eben entsprechende Angebote zu machen. Meine Stärken sind, dass ich zielstrebig arbeiten kann, dass ich konzentriert bin und dass ich strukturiert vorgehe. Woran ich eventuell noch arbeiten müsste, wäre die Zeit, die ist sehr knapp zu messen, das heißt, jeder Schritt muss sitzen. Er kommt relativ schnell beim Arbeiten in einen sogenannten Tunnel rein, wo er viele Sachen dann ausblätten kann, also zum Beispiel eben solche Umgebungen hier, ist ehrgeizig und auch sehr genau. Das ist auf die Halle der